Heute schauen wir uns an, wie ihr mit dem Forschungsinstitut AFK-Items farmen könnt und wie ihr dabei vielleicht auch ein bisschen Strom spart. Also, lasst uns loslegen. Moin, moin Leute, ich bin der Ole von den Flachbanken Geigstern. Jetzt willkommen zu einem weiteren Video hier bei den Tipps und Tricks am Sonntag. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ich mache noch einmal ganz kurz den Ton für uns an. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Forschen über das Forschungsinstitut und wie ihr das ganze AFK nebenbei machen könnt. Sowohl wenn ihr am Rechner seid, als auch wenn ihr nicht am Rechner seid. Also, wir starten direkt. Wir starten direkt mal mit dem Punkt, ihr seid nebenbei am Rechner. Keine Ahnung, macht Uni, Schule, arbeitet, von mir aus spielt auch irgendwas anderes, surft im Internet, was auch immer. Und ihr wollt nebenbei Items farmen. Dann ist es relativ simpel. Ihr könnt einfach ganz normal in diese Forschungswarteschlange die Items reinhauen. Wie ich jetzt hier den Dekan. 50 Items an der Zahl. Jetzt ist allerdings die Frage, erstens, wie forsche ich am schnellsten? Zweitens, wie spare ich dabei möglichst viel Strom? Und drittens, alle wie viele Stunden, Minuten muss ich dann eigentlich reingucken? Wir fangen mal ganz hinten an. Wie oft müsst ihr da reingucken? Das hängt von eurer Spielgeschwindigkeit ab. Normalerweise 50 Items mal 10 jeweils die Forschungsdauer. Natürlich, wir gehen jetzt hier von vollgepushter Forschung aus. Also, ich gehe wirklich davon aus, dass ihr volle Kanne 10.000 Ingenieure habt. Ansonsten geht das Ganze natürlich langsamer. Aber ich empfehle euch wirklich, als allererstes die 10.000 Ingenieure voll zu machen. Und dann passen 50 Items in die Warteschlange. Plus eins, das gerade erforscht wird. Aber wir rechnen mal mit 50. Das ist ein bisschen einfacher. Sind 500 Minuten. Wenn wir das Spiel jetzt aber mal drei nehmen, ist das Ganze natürlich nicht ganz so schnell. Also, das Ganze ist natürlich deutlich schneller. Und es dauert nicht ganz so lange. Und da kommen wir dann ca. auf 166 Minuten. Also, auf ca. 2 Stunden und 45 Minuten, die ihr dann immer mal wieder reingucken müsst. Aber guckt einfach alle 2,5 Stunden und legt Items nach. Von daher, das ist relativ simpel. Ihr seht übrigens hier oben, das sind die Bilder pro Sekunde, die mein Spiel gerade hat. Und das ist der Strom, den meine GPU zieht. Wichtig, ich nehme nebenbei natürlich noch auf. Also, ihr kriegt das noch weiter gedrückt. Deshalb, dafür zieht die GPU natürlich auch noch Strom. Und bevor wir jetzt in das andere, also, wie forschen wir schnell und wie forschen wir möglichst effizient, sage ich mal, kommen. Gucken wir noch mal ganz kurz, mit welchen Einstellungen wir das überhaupt bewältigen. Und zwar gehe ich hier auf Optionen immer. Und ich stelle einfach hier das Preset niedrig ein. Das sorgt dafür, dass alles auf niedrig gestellt wird. Sichtdistanz, alles runter. Und bei FidelityFX Super Resolution stelle ich immer auf Leistung. Das ist so das Höchste, was es gibt. Und einfach, damit das Spiel noch ein bisschen schneller läuft. Das habe ich jetzt nicht komplett ausführlich getestet. Und ist auch in meinen Erfahrungen bei den Frame-Zeiten nicht mehr ganz so wichtig für die Performance. Und stelle es einfach auf so niedrig wie möglich. Alles, damit das Spiel einfach, ja, nicht so die Grafikkarte beansprucht. Deshalb sieht das heute auch eher mittelmäßig aus. Ist nicht schön, aber ihr guckt ja eh nicht ins Spiel. Und dann gibt es jetzt ein, zwei Tricks, wie ihr die Wattzahl runterkriegt. Wenn ihr hier in diesem Forschungsmenü seid, geht die Wattzahl hoch. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, woran das liegt. Aber wenn ihr AFK farmt und nebenbei am Rechner seid und immer mal wieder nachlegt, forscht nicht in diesem Menü. Tut euch den Gefallen und geht da nicht rein. Was ich immer mache, ich gehe in die Welt, die ich am wenigsten gebaut habe. Bei mir ist das N-Beser. Such mir hier einen Berg und zoome einfach ganz stark ran an den Berg. Dann kriege ich die Power, die man zieht, relativ gedrückt. Ihr seht jetzt hier 197, so 100 Watt sind es dann circa. Wie gesagt, noch zuzüglich mit Aufnahme jetzt. Also normalerweise sind es so 50. Und was wir jetzt noch machen können, ist, dass wir die Frames drosseln. Was das macht, ist, dass es weiter den GPU Power Draw reduziert. Ich nutze dafür das Reverse Static Tuner Tool, das ihr einfach über den MSI Afterburner kriegt. Will ich jetzt nicht so ein riesen Tutorial zu machen, weil das ja eigentlich kein Technik Channel ist. Sepp, wenn ihr da irgendwie Fragen zu habt, dann guckt euch dazu einfach ein Tutorial kurz an, wie ihr das installiert. Ansonsten könnt ihr hier nämlich, jetzt verschwindet es immer, könnt ihr hier Frame Rate Limit eingeben. Ich nehme immer 60, weil dann ist es noch spielbar. Ihr könnt theoretisch auch 30 nehmen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn wir von 170, was ich jetzt habe, auf 60 reduziere, dass ich die Forschungsgeschwindigkeit nicht sonderlich reduziere. Das heißt, wir geben jetzt hier 60, Enter. Und ihr seht schon, die Wattzahl ist dramatisch gesunken. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr die Wattzahl reduzieren wollt, die Frames reduzieren. Die Forschung läuft immer noch ähnlich schnell. Wir sehen hier, das ist jetzt, ihr seht das ja, das ist ohne, das ist mit nur 60 FPS. Und wenn wir das Ganze, das verschwindet leider immer im Tray hier, mal unlimited machen, läuft es vielleicht marginal schneller, aber nicht wirklich viel. Und wir verbrauchen doch schon deutlich mehr Strom, was ja aktuell, wo Strom ja immer teurer wird, durchaus relevant sein kann. Deshalb limitiert das einfach auf 60 und so könnt ihr forschen, wenn ihr immer wieder nebenbei am Computer seid. Das Schöne daran ist natürlich, wenn ihr die Leistung, die das Spiel benötigt, also die Wattzahl und auch generell die ganzen Einstellungen runterstellt, ist, dass ihr mehr Kapazitäten, also Leistungskapazitäten für den Rest vom Computer habt. Das heißt, wenn ihr nebenbei irgendwas anderes spielen wollt oder so, könnt ihr so halt nice forschen. Wenn ihr jetzt nicht da seid und euren Computer laufen lassen wollt oder über Nacht, wenn euch das nicht stört oder woanders steht und da hat jeder seine eigenen Sachen, wenn ihr das nicht machen wollt, nachts ist natürlich auch okay, aber wenn ihr das machen wollt und nebenbei forschen wollt, dann habt ihr ja das Problem, dass irgendwann diese Warteschlange hier leer ist. Die passen zwar 50 Items rein, aber über Nacht läuft die safe leer. Und was wir dann machen ist, und das geht natürlich nur, wenn ihr sowas nutzen wollt, dass es jedem so ein bisschen selbst überlassen ist, dass ihr so einen Autoklicker benutzt. Funktioniert in dem Sinne nicht anders. Ihr könnt auch theoretisch einfach ein kleines Makro schreiben. Mit meiner Maus funktioniert das zum Beispiel. Und ihr sagt einfach, klick alle, ja keine Ahnung, alle 20 Sekunden oder was auch immer. Ihr seht schon, hier in dem Screen ist der Whatdraw viel, viel höher. Also das ist nur zu empfehlen, wenn ihr wirklich nicht am Computer seid und trotzdem forschen wollt, obwohl der Stromverbrauch deutlich höher ist. Und wenn ihr so einen Autoklicker benutzen wollt, ist am Ende jedem selbst überlassen, ob das für ihn irgendwie Cheaten oder sonst irgendwas ist. Aber in meinen Augen, solange man damit nicht irgendeinen Weltrekord aufstellen will, kann jeder Ahnung spielen, wie er möchte. Und wenn einem das das Items-Forschen ein bisschen abnimmt und man dann, wenn man spielen will, wirklich auch Zeit hat zu spielen, kann man das von mir aus gerne nutzen. Und was ich jetzt immer mache, ist, ich stelle hier auf zwei Minuten. Ihr könnt auch auf drei Minuten stehen. Aber wenn das Spiel ganz schnell läuft, braucht ihr ja mindestens so zwei Minuten 40. Beziehungsweise, ja doch, so drei Minuten sind es eigentlich eher pro Item. 3.30, 3.20, aber ich stelle einfach auf zwei Minuten, da macht ihr nichts mit falsch. Und drückt dann ganz normal einfach ganz stumpf auf Start oder F6. Mit F6 könnt ihr starten und stoppen. Den Autoklicker verlinke ich euch nicht in der Infokarte. Ich will nicht für irgendwelche Links verantwortlich sein, die ich selbst nicht, ja, wo ich nicht selbst die Kontrolle drüber habe. Deshalb googelt einfach den Autoklicker und dann findet ihr auch einen. Und was wir dann machen, ist, wir gehen auf Item-Entwicklung, nehmen das Item, suchen das Item raus, das wir wollen. Von mir aus, den Bruno, den sehen wir jetzt zwar schon, aber es ist immer am leichtesten, wenn ihr ihn einfach raussucht, klickt ihn an und legt dann einfach die Maus hier unten drüber. Was ich euch empfehlen würde, ist, macht die Maus da drauf und dann macht die Maus aus. So kann das, selbst wenn ihr die Maus bewegt, geht das nicht von der Stelle da runter. Das ist aber nicht sonderlich komplex, finde ich. Und so legt ihr halt immer wieder dann die Items nach. Wir können das jetzt mal nur zu Demo-Zwecken, mache ich hier mal irgendwie 10 Sekunden rein und dann seht ihr gleich, dass der immer wieder Items nachgeht. Natürlich könnt ihr auch, ihr könnt auch alle 10 Sekunden, aber es ist halt unnötig und ich sage mal, ich halte dann gerne den Input von diesem Autoklicker so gering wie möglich, dass der jetzt, seht ihr jetzt hier gerade, jetzt hat er gerade ein Item nachgelegt, dass da so wenig wie möglich ja Störung mit drin ist. Es kann euch passieren, wie ihr seht hier, die Wattzahl geht brutal hoch, natürlich jetzt auch wieder mit der Aufnahme, das wird dann irgendwie ein bisschen intensiver. Was ihr jetzt machen könnt, ist natürlich noch weiter die Frames reduzieren. 30 gehen manchmal auch noch. Sind nochmal jetzt gerade gut 40, 50, 60 Watt gewesen. Also damit könnt ihr ruhig ein bisschen rumspielen. Ich habe das Gefühl, dass es bei 30 FPS dann aber so ein bisschen langsamer läuft. Deshalb, das ist euch überlassen, wie ihr das da für euch optimieren wollt. Wie wichtig euch auch ist, dass das vom Power Draw halt gut läuft. Und was ich jetzt, worauf wir jetzt nochmal ganz kurz eingehen, ist, wie ihr das Forschen grundsätzlich beschleunigen könnt. Grundsätzlich ist es so, dass alles, was ihr baut, in irgendeiner Form euer Spiel verlangsamt. Deshalb halte ich es so, dass ich zum Beispiel bei den Schiffen möglichst wenig Schiffe habe. Hier sind jetzt noch irgendwie zwei, den könnten wir auch mal wegmachen. Möglichst wenig Schiffe zum Beispiel habe. Das sind schon relativ viele hier, aber gerade im Crown Falls dürfen es nicht so viele sein. In der alten Welt sind es gar keine. Und in der Arktis sind es auch nur ein paar Luftschiffe. Hat aber den Grund, dass ich da keine Items mehr bauen kann. Ich versuche, das alles so gering wie möglich zu halten. Was ich auch mache, ist, dass ich alle unnötigen Inseln abreiße. Die baue ich jetzt gerade wieder auf, weil ich ein Besar jetzt am Aufbauen bin. Aber was ich zum Beispiel gemacht hatte am Anfang, als ich ein Besar da nicht mehr gebraucht habe, war, dass ich ein Besar einfach komplett platt gemacht habe. Das heißt, ich habe ein Besar überhaupt nicht mehr genutzt und konnte dann hier entspannt forschen. Deshalb tut euch den Gefallen, wenn ihr forschen wollt, macht erstmal alles platt, was ihr nicht braucht oder später eh neu bauen müsst. Dann forscht lieber zwei, drei Tage ganz entspannt und zügig. Dann habt ihr später nicht mehr so an den Hacken. Denn ich sage euch eins, umso voller der Spielstand wird, umso langsamer wird das Spiel und umso nerviger wird Forschen. Und so kriegt ihr halt dann schneller Items, sage ich mal. Geht immer in die leerste Welt, wie gesagt, bei mir in Besar. Wenn wir uns die alte Welt angucken, die ist schon relativ voll. Capture Lonnie sowieso. Die neue Welt ist auch noch relativ leer bei mir. Ich bin jetzt auch wieder dazu übergegangen, meine Attraktivitätsinseln abzureißen, damit das Spiel wieder schneller läuft. Hier standen überall Attraktivitätsinseln drauf, zum Items-Farm. Da habe ich auch schon ein Video dazu gemacht. Auch das verlinke ich euch mal. Das habe ich zwar nur in der alten Welt gezeigt, aber es funktioniert genauso in der neuen Welt mit Kapellen. Und so forscht ihr halt dann am besten, würde ich euch empfehlen, zu Beginn relativ zügig eure Items, die ihr alle braucht und nicht kaufen könnt. Und dann habt ihr Ruhe. Wie gesagt, einfach an so einen Berg dran drauf zoomen, die Frames reduzieren auf 60 oder, wenn wir sehen, hier 30. Das droppt schon gut tief runter und dann habt ihr keine Probleme mehr. und könnt halt easy, entspannt forschen und verbraucht dabei auch nicht so viel Strom, was für mich auch super relevant ist, vor allem nachdem die letzte Stromrechnung ein bisschen höher war. Achten wir da jetzt noch ein bisschen mehr drauf, dass wir das reduzieren. Es sieht zwar nicht schön aus, aber es ist so. In dem Sinne, das war es auch schon vom Forschen mit dem Forschungsinstitut AFK. Checkt gerne das Video auch oben in der Infocard ab, wie das Ganze mit Attraktivitätsinseln funktioniert, falls ihr das Forschungsinstitut nicht habt oder nebenbei auch noch ein bisschen mehr Items generieren wollt. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Schön, dass ihr da wartet. Viel Spaß bei Arno und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.